. Mein Ziel war Profi-Ziel. Wenn es Profi war, wird es einen Kurs gewonnen. Und das Ziel war, dass wir den Töte-France gewonnen haben. Das Resultat war mir klar, dass ich gelöst habe. Und ich weiß ganz genau, wenn ich nicht wieder an die Tür gehe, dann habe ich gewandert, dann habe ich keine Zweite. Dann habe ich die Tür verloren. Das ist auch für mich das das Schöne an die beiden Schlecks. Der eine mit seiner impulsiven Art, der Andy. Der Frankie mit seiner ruhigeren, bedächtigeren Art. Und zusammen sind sie unschlagbar. Die Tür ist ja nicht so. Der Verte in diesem Töte-France ist das. Das ist ja nicht so. Die Dinge sind sehr, sehr schnell. Komm her, Mann, du hast es zu spürger. Komm her! In dem Töte-France, wir warten immer noch, dass der violetische questão wird, dass es sich stattfindet, dass es sich stattfindet. Der Töte-France ist, dass du einen Tag nicht gewonnen hat. Wir müssen uns nicht mehr aufhören und leben. Wir haben uns nicht mehr aufhören. Das ist ein Jahr schweres. Wir denken immer, wie in unserer Welt. Wir denken immer, dass etwas in unserer Welt etwas verändert wird. Leute, heute müssen wir kämpfen. Es ist ein schweres Tag. Es ist ein Kampf. Untertitelung des ZDF, 2020